Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Plates Minecraft Crash Landing. So, Leute, die Sonne geht gleich auf. Das heißt, wir nehmen unsere Waffe in die Hand. Da brennen sie schon und der stellt sich natürlich direkt unter... Brenne. Dann stirbst du auch nicht du. Oh, hallo. Spinni. Ich hasse diese Spinnen, ne? Wir rennen, 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 weil oben drüber können auch welche sein, seht ihr? Das ist gar nicht nett von den Spinnen hier. Aua. Boah. Sag doch, uns will alles töten hier. Ziemlich unfair. Oh, diese scheiß Creeper, die tun alles zum Brennen bringen. Alles sehr, sehr unschön hier. Gibt's hier noch irgendwas zum einsammeln? Gehirne. Denne sind gut. Zum Essen später. Müssen wir auch. Gut, dann, dann, dann jetzt hier. Guck, guck, guck. Sepplinge, Sepplinge brauchen wir. Definitiv. Wenn wir jetzt keine Sepplinge kriegen, haben wir ein Problem. Würde ich mal behaupten. Ähm, Sepplinge. War da ein Seppling? Ich glaube ja, ne? Ah, da ist auf jeden Fall einer. Haben wir auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. So, dann hauen wir das Ding weg. Hm. Wir haben jetzt nichts zum Kaputtauen, ne? Das ist schon ein bisschen blöd. Oh, halt, halt, halt. Ich hab was vergessen. Camelpack auch ziehen. Oh, oh. Sag doch was. Ich kann mal ganz schnell... Dehydrieren. Und dann war's das. So. So. Sepplinge, Sepplinge. Zwei Stück. Hm. Aber nicht sonderlich viel. Naja. So hier. Wachse. Okay. So. Jetzt sind die Sepplinge jetzt nicht so wichtig, aber wenn wir keine Sepplinge haben, gar keine mehr, dann... das ist kacke Arsch. Ja. Ich muss eigentlich andere Sachen machen, aber ich brauch auch Sepplinge. Gib mir Sepplinge. Komm, einer noch. Einer. Bitte, bitte. Einer. Einer. Nein. Gibt's dir mir keine mehr? Dann halt nicht. Arsch. Gemeiner Baum. So. Wir bauen den Baum ab. Ich hoffe, das Holz reicht dann schon. Diese Dinge zu tun, die ich euch gleich zeigen werde. Hoffentlich. Auf. Komm. Schon. So. Da liegen noch Knochen. Warum liegen da Knochen? Habe ich was verpasst? Knochen sind wichtig. Die möchten wir haben. So. Einen brauchen wir auf jeden Fall. Dann sowas. Dann... 10 mal den Spaß hier. So was. Dann hier. Das da. Brauchen wir. Dann... Das hier. Dann... Haben wir jetzt ein Buch bekommen. Ähm... Dann... Das hier. Da. Und dann... Wirst du noch... Eine Kiste auf jeden Fall will ich haben. Die ich dann auch noch hier mit verwende. Äh... So hier. Und jetzt reicht das Holz wieder nicht. Wegen einem Holz. Boah. Moment. Oha. Jetzt stehen wir hier drin. Ich will nur ein Holz kurz haben. Bitte. Ein Holz. Bitte. Okay. Noch ein Sapling. Mitnehmen. Wieder rein. Fertig bauen. Was wir bauen wollten. Äh... 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 Bin grad leicht verwirrt. Ihr merkt das. Äh... So hier. Genau. Zack. Und... Zack. So. Jetzt ähm... Ist wieder die Frage. Wie baue ich das richtig auf? Ähm... War das erst... Toolstation... Nein... Part... Bilder? Ich glaube Part-Bilder... Ja? Nein. Natürlich nicht. Ah! Also wie gesagt. Ich bin wirklich kein Profi. Ähm... Das muss man ja mal... Muss man ganz eilig sagen. Und ihr werdet mit Sicherheit verzweifeln. Also... An dem was ich hier tue. Also wenn ihr das wollt, dann... Also nicht wollt, dann... Müsst ihr leider abschalten. Ich bin... Ein richtiger Noob. Aber... Die, die schon länger dabei sind... Die wissen das. Dann habe ich jetzt alles. Nein, das brauche ich noch. Was ist das? Ich denke, das war's erst mal. Und dann bauen wir hier... Hausbohnmiel. Einmal. Zweimal brauche ich das. Zeig euch gleich warum. Genau wie die Schaufel ich zweimal brauche hier. Weg damit. Das brauche ich einmal nur. Ja. Und das brauche ich auch nur einmal. So... Bohnenmiel wieder zu mir. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm... Wir haben jetzt... Jetzt haben wir wieder keine... Ah! Brauche noch Holz. Oh man. Stress, stress, stress. Das ist am Anfang echt stressig hier. Aber gut. So. Das haben wir. Und... Wir haben noch Sepplinge. Deswegen... Können wir jetzt drauf verzichten, wenn er die spawnt. Das ist nicht so schlimm. Wo reichen vier? Ja, ich glaube ja. Ähm... Und wir bauen uns eine Pik-Axt. Ähm... Wo sind jetzt die Gister? Pik-Axt. Ähm... Dann bauen wir uns eine Schaufel. Schaufel. Ich hab... Ich hab... Ich glaub ich sie nicht benannt, ne. Alles. Naja. Naja. Und dann... Deswegen habe ich zwei von denen gemacht. Weil das ist eine starke Waffe. Und die kann auch für alles eigentlich eingesetzt werden. Das ist sehr, sehr nice. Wie ich finde. So. Wir gucken hier noch bisschen Shit weg. Wecken. Oh. Wir schwitzen. Family Pack leer. Nicht gut. Ähm... Coldwater. Waterbottle. Coldwater. Bringt uns momentan nichts. So. Und jetzt seht ihr. Wasser ist schon eng, ne. Ah. Müssen wir schauen. Ob das gelingt hier. Unser Plan zu überleben. Bin mir da noch etwas unsicher. Ähm... Nimm den Baum jetzt weg. Brauchen Holz. Dann brauchen wir noch das. Brauchen so viel. Wir brauchen so viel, Leute. Das ist alles. Ganz schön uncool hier. Guck, guck, guck. Und aus den Sepplingen können wir Wasser ziehen. Ähh... Eieieieiei... Ist wirklich Stress hier. Ach. So. Noch ein Baum. Komm schon. Achse. Sag mal... Hallo? Wie viel Pohnenmehl der gefressen hat? Wie viel Pohnenmehl der gefressen hat? Achse. Sag mal... Frech. Das war jetzt richtig frech. Haben wir so viel davon? Naja. Oh, jetzt ist unser... Nicht rennen. Nicht rennen. Ähm... Jetzt ist unsere Krupp kaputt. Dann haben wir noch ganz viele jetzt. So. Eins. Komm. Zwei müssten jetzt erstmal reichen, oder? Ja. Krupp, krupp, krupp. Kruppen, kruppen. Säpplinge, Säpplinge, Säpplinge. Dass wir zumindest über 20 haben. Oh, wir haben einen Wurm gekriegt. Das ist auch gut. Komm schon. Mindestens 22 möchte ich haben. Ah. Wir haben Hunger. Wir haben Hunger. Wir sollten was essen. Essen ist auch ein ganz großes Problem hier. Denn... Ähm... Es ist nicht so, dass man immer dasselbe essen kann. Nein. Irgendwann bringt es nichts mehr. Und das ist dann sehr, sehr uncool. Wachse. So, und jetzt noch ein bisschen guck, guck, guck. Dann müsste das gehen gleich. So, hier. Jawohl. Jetzt haben wir über 20. Das ist gut. Können wir zumindest zwei Flaschen Wasser machen. Dann... Das ist eine gute Sache, denke ich. Äh... Aber wir gucken den fertig. Umso mehr Säpplinge, umso besser. Wir haben ja unsere Grundausrüstung hier von dem Werkzeug. Das ist schon mal gut. Na. Jetzt hauen wir den Baum hier noch weg. Und dann holen wir noch Dust. Dass wir in der Nacht... Ähm... Säppen können. Ähm... Die Erde nehmen wir auch... Nein. Die Erde nehmen wir mit für die eigene Quest später. Wo ich euch gezeigt hab. Und wir holen uns das. Und zwar da drüben. Dass wir rausgucken können. Von beiden Seiten. So, hier. Jetzt geht es nämlich auch alles viel schneller mit dem Abbauen und so. Und das gefällt uns natürlich. Äh... Ist grad wirklich stressig. Aber gut. Also ich weiß nicht. Irgendwas hat dieses Modpack mit mir getan. Ich will das... Das macht süchtig irgendwie. Muss man ja... Sagen. Wir bauen hier ne kleine Grube. Wenn sie hier zu uns kommen. Dass sie dann da gefangen sind. Weil wir ihre Gehirne, Knochen und sonstige Sachen brauchen. Die die Mobs fallen lassen. Oh oh. Es wird dunkel. Gleich wieder. Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Ja. Für mich. Ich gehe zurück. Ich gehe nach Hause. Da ist auch ein Loch drin. Oh. Unendliche Wasserquelle gibt es auch nicht. Es... Es gibt hier so viele Dinge nicht, die man brauchen könnte. Aber nein. Nein, nein. Das möchte das Spiel nicht. Das möchte das Spiel nicht. So. Oh. Ich habe einen Skelett Kopf. Kann ich den anziehen? Kann ich den anziehen? Dass die alle wissen, wer ihr Chef ist? Ja. So. Ich kill euch, wenn ihr mich nervt. So. Wir machen mal Kisten. Kisten. Eins. Zwei. 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 Platz. Ähm. Zwei. Zwei. So. Aber ich mache jetzt lieber das Wasser, weil sonst... Ich kenne mich. Sonst vergesse ich das wieder. Nächsten Tag stehen wir ohne Wasser da und... Alles kacke Arsch. Na? So. So. Und jetzt bitte hier reinfüllen. Einmal. Äh. Hallo. Oh. Wo, wo sind meine Wasserflaschen? Wo sind... Habe ich verkackt? Leute. Warte. 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 Ähm. Scheinlich zu verkackt zu haben. Wo sind meine Wasserflaschen hin? Das ist jetzt ziemlich uncool. Scheiße. Ich diesen Kackdinger hier abbauen soll. Oh Mann. Na gut. Ein bisschen weniger Wasser, wie gedacht. Das ist nicht so gut. Aber gut. Ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, trotzdem fails und so. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.